Das Sommerpraktikumsprogramm der Fachhochschule Kärnten bietet Schülern einen breiten Einblick. Der Studienzweig Multimediatechnik bot die Möglichkeit, Projekte auszuprobieren. Sehr gut. Wir haben geschaut, wie man das Ganze einsetzt kann, die Multimedia. Da war auch ein VHL Reality dabei, was mir sehr gut gefallen hat. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es war etwas anderes und auch ziemlich kreativ, finde ich. Das VR-Labyrinth hat mir am besten gefallen, weil man da verschiedene Aktivitäten machen hat müssen, die körperlich anstrengend waren und eine geistige Kompetenz war vorausgesetzt. Nach dieser Präsentation sind Begriffe wie Augmented Reality, Virtual Reality oder 3D-Modellierung nicht mehr ganz so fremd. Wir hoffen natürlich, Ihr Interesse geweckt zu haben. – Jetzt geht's! – Ski, Ski, Skii, Masse und Skii ... Ich habe hier vier ihr den Stärken gesetzt. – Skii, 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 Skii ... Vielen Dank.